So erstellen Sie ein Instagram-Profil. Bei Instagram über die App registrieren. Zuerst müssen Sie sich die Instagram-App aus dem Google Play Store für Android oder dem App Store für iPhone herunterladen und installieren. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten zur Registrierung. Sie können sich direkt über Ihren Facebook-Account anmelden. Das hat den Vorteil, dass viele erforderliche Daten schon automatisch ausgefüllt werden. Sie können aber auch die manuelle Registrierung nutzen, bei der Sie alle Daten entsprechend selbst noch ausfüllen müssen. Falls Sie sich für die manuelle Registrierung entschieden haben, müssen Sie Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail-Adresse angeben. Anschließend geben Sie noch Ihren kompletten Namen und ein Passwort ein und legen Ihren Benutzernamen fest. Bei Instagram über den Browser registrieren. Rufen Sie zuerst die Webseite von Instagram auf. Klicken Sie unten auf Registrieren. Jetzt können Sie sich direkt über Ihren Facebook-Account anmelden. Sie können aber auch die manuelle Registrierung nutzen, bei der Sie alle Daten entsprechend selbst noch ausfüllen müssen. Abschließend müssen Sie nur noch Ihr Profil einrichten, indem Sie den Anweisungen folgen. Bis zum nächsten Mal. Jo Franemann Hecht. Ja damit Sie da so achengkommen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.